Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Let's Play einem weiteren Sherlock Holmes Titel, warum spreche ich so auf Englisch aus, naja und zwar sind wir hier bei Sherlock Holmes ja Jack the Ripper oder im englischen Original Sherlock Holmes vs Jack the Ripper, also ein ziemlich großer Unterschied im Titel, nein, es ist der drittletzte Sherlock Holmes Teil, der jetzt uns bevorsteht, viel haben wir da nicht mehr durchzuspielen danach, nach kommt nur noch das Testament des Sherlock Holmes und Crimes and Punishment, ich bin gespannt, erstmal bin ich aber hier auf diesen Fall gespannt, ich habe ein paar wenige kleine Infos parat, dann starten wir auch direkt ins Spiel hinein, darum will ich nicht lange hier fucken, sondern kurz mit euch schnackeln, ähm, was, naja egal, so dieses Spiel ist natürlich wieder aus dem Hause Frogwares, ist im Jahr 2009 erschienen, in Deutschland von Koch Media gepublished, inzwischen über Steam machen die das halt selbst, Frogwares, ist auch das letzte Spiel aus unserem 28 Euro Bundle, das heißt, wenn ihr viele Sherlock Holmes Spiele zusammen günstig haben wollt, holt euch das 28 Euro Bundle, ist billiger als jedes Spiel davon 10 Euro Solo zu holen, vor allem in Anbetracht dessen, was wir zuletzt gespielt haben, das Spiel fand ich war wirklich keine 10 Euro wert, geschweige denn Vollpreistitel, Gott, wenn das mal als Vollpreistitel, egal, ich, äh, komm vom, vom Thema ab, auf Steam wird dieses Spiel seltsamerweise als RPG, also sprich als Roleplaying Game, als Rollenspiel tituliert, ähm, was ein bisschen komisch ist, denn es ist eigentlich, so wie es für mich aussah, wieder eindeutig ein klassisches Point'n'Click, wie auch schon alle anderen Teile, naja, fast alle anderen Teile davor, und erneut treffen zwei berühmte Gestalten der Historie, beziehungsweise einer der Literatur, einer der Historie aufeinander, Sherlock Holmes und halt Jack the Ripper, nach, ähm, dem Aufeinandertreffen zwischen Holmes und Le Pen, also der zweite Titel, der sich eben auf so eine Rivalität bezieht, ich hoffe, dass diese Rivalität auch wirklich eher dann so rauskommt, wenn die schon so mir versprochen wird, aber schauen wir mal, schauen wir mal, ansonsten muss ich echt sagen, so im Vorfeld von der Betrachtung her wirkt es nicht so, als hätten wir irgendwelche Erneuerungen, irgendwelche Verbesserungen oder irgendwelche Weiterentwicklungen, ich glaube, diese Spielereihe ist echt so ein bisschen auf der Stelle treten geblieben, was für mich ein bisschen allmählich langweilig wird, also dass da nicht mehr ein neuer Pfiff, neuer Schwung irgendwie reinkommt, wirklich eine grafische Weiterentwicklung, aber wir schauen uns das Ganze mal an, ähm, denn so erstmal muss ich sagen, äh, bleibt weiterhin mein Platz 1 der Silberner O-Ring, aber wir finden es jetzt heraus. Ja, ein neues Spiel. Ob wir hier wirklich einen neuen Favoriten von mir haben? Ne, grafisch definitiv nicht. Es ist dieselbe alte Grafik wie schon jedes andere Mal. Zum Wohle Ihrer und meiner Gesundheit, Holmes, rauchen Sie doch nicht so viel. In unserer Wohnung ist es nebliger als auf der Straße. Sie haben recht, Watson, aber heute Abend will die Zeit einfach nicht verstreichen. Ich habe nichts anderes zu tun, als Ringe zu paffen. Ein amüsanterer Zeitvertreib wäre mir lieber, aber mein Hausarzt hat etwas dagegen. Wie wäre es mit einem kleinen Stück auf der Geige? Mir ist heute Abend nicht danach, Watson. Ist Ihnen aufgefallen, wie diese Zigarette verglüht? Meinen Sie nicht auch, dass sie einem Leben ähnelt, dem der letzte Atemzug entweicht? Wie viele Menschen werden heute Nacht in London ihr Leben aushauchen? Wie viele Verbrechen werden begangen, während eine einzige Zigarette glimmt? Ach, wie sinnlos das Leben doch ist. Ein einziges Wehklagen und nichts als verpuffender Rauch. Das schwache Aufbäumen der krankenden Seele. Der Tabak verleitet Sie zu finsteren Gedanken. Ich bin mir sicher, dass diese Untätigkeit nicht ewig währen wird. Gehen wir zu Bett. Morgen wird Ihr Gemüt heiterer gestimmt sein. Das klingt vernünftig. Morgen ist auch noch ein Tag. Seit wann ist Holmes Zigarettenraucher? Er ist Pfeifen-Fan, ja? Er reicht eine Pfeife. Er raucht eine Pfeife. Um Himmels Willen, Leute. Und Gott, habe ich den Ton für Gespräche zu laut eingestellt. Boah, da hat es mir die Ohren weggeblasen. Äh, mache ich gleich ein bisschen leiser, Leute. Es war doch gerade sehr schmerzhaft. Frogwells präsentiert ein neues Abenteuer von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes jagt Jack the Rapper. Okay, ein bisschen grafische Verbesserung kann man dem Spiel dann doch unterstellen. Ich glaube schon tatsächlich, dass die ein bisschen Whitechapel London, dass die Figuren tatsächlich ein bisschen besser aussehen. 31. August 1888. 3 Uhr 20. Oder es liegt einfach daran, dass ich in den Optionen natürlich alles auf extrem hoch gestellt habe und dass das ein Vorteil einfach das Erscheinen fünf, sechs Jahre später mit besseren Optionen, dass man hier einfach grafisch mehr rausholen kann aus dem Spiel. Wahrscheinlich ist es ursprünglich nicht so lauffähig gewesen, wie wir es jetzt hier sehen. Hier, Herr Süßer. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Warte, ich helfe dir. Ah, meine Haare gefallen dir. Was war das gerade für eine Hand? Baker Street. 1. September 1888. Die Nachrichten sind schlechter als das Wetter, Holmes. Im East End wurde eine Frau ermordet und die Untersuchungen wurden bereits eingeleitet. Man hat die unglückselige Frau letzte Nacht auf der Straße gefunden. Sie war noch warm. Der Mord wurde auf unglaublich grausame Art und Weise verübt. Ich habe beim Lesen des Artikels eine Gänsehaut bekommen. Die für diesen Fall zuständigen Kriminalbeamten scheinen nicht den geringsten Hinweis zu haben. Vor weniger als einem Monat gab es bereits einen ähnlichen Mordfall. Ach, die Liebe. Ein romantischer Spaziergang. Ein Kuss im Mondenschein, ein höfliches ablehnen, große Wut und der Tod. Diese Gegend in Whitechapel ist eine Schande für London. Die Regierung sollte dem Schändlichen treiben dort nicht länger tatenlos zusehen. Whitechapel? Diese Frau wurde in Whitechapel gefunden? Ja, in der Tat. In der Bugs Row, um genau zu sein. Dann ging es nicht um Romantik, sondern um das liebe Geld. Außer diese Frauen haben an der Lasterhaftigkeit auch noch ihren Spaß. Das Wesen des weiblichen Geschlechts ist völlig. Holmes, Sie sollten sich mal reden hören. Eine Frau wurde auf bestialische Weise ermordet. Auch sie war ein Mensch und gehörte zu den Untertanen ihrer Majestät. Keine der von Ihnen erwähnten Straßendirnen kann überleben, wenn sie nicht ihren Körper verkauft. Sie wissen genauso gut wie ich, dass unser Arbeitsumfeld für gewöhnlich nicht gerade gemütlich ist. Und diese Frauen erwarten vom Leben nicht besonders viel. Vielleicht etwas Barmherzigkeit. Verweigern Sie ihnen nicht, ihr Mitgefühl. Sagen Sie nichts mehr, mein lieber Watson. Wir sollten uns sofort nach Whitechapel aufmachen. Sie meinen in die Bugs Row Homes, den Ort des Verbrechens? Nein, ich denke, es wäre besser, wenn wir erst später dort eintreffen, sobald es dunkel ist. Der Tatort ist im Augenblick bestimmt von Polizeibeamten und Schaulustigen überlaufen. Eine genaue Untersuchung wäre derzeit unmöglich. Und wohin gehen wir dann, Holmes? Am besten zur Polizeistation und versuchen, eine Kopie des vorläufigen Berichts in die Finger zu bekommen. Aber der Artikel in der Zeitung schien mir recht vollständig zu sein. Sie müssen wissen, Watson, dass Journalisten aus den gegebenen Fakten gerne Schlussfolgerungen ziehen, ohne jedoch über die nötige Sachkenntnis und das richtige Verständnis zu verfügen. Wir brauchen sowohl den Bericht des zuständigen Inspektors als auch die Aufzeichnungen des Gerichtsmediziners. Na schön, Holmes. Aber andererseits... Ich müsste irgendwo eine Karte von London haben, Watson. Können Sie die Karte holen und darin Whitechapel suchen, während ich mich fertig mache? Zu nett von Ihnen, Holmes. Dann muss ich mich wohl durch ihr heilloses Durcheinander kämpfen. Also die letzten Male habe ich es nicht angesprochen, aber die beiden wohnen in London. Ich denke mal, die sollten sich in ihrer eigenen Stadt auskennen. Die sollten wissen, wo Whitechapel ist. Oder ein anderer relativ wichtiger Ort. Aber gut, ne? Ich will es ja nicht... Ich will es ja nur gesagt haben. So, erst einmal jetzt, ganz wichtig... Ähm... Moment, hier. Das drehen wir dann doch mal einen Ticken runter. Weil das hat mir dann, wie gesagt, ne? Doch die Ohren ein bisschen weggeblasen, die Sprachausgabe. So, zack. Zack. Fortsetzen. So. Und dann... Ne, halt. Ähm... Hier, genau. Wir wollten hier die Zeitung lesen. The Star. Samstag, 1. September 1888 in London. Extra Blatt! Extra Blatt! Angst und Schrecken in Whitechapel. Der Wahnsinnige schlägt zum dritten Mal zu. Frau hinterhältig in Nebengasse gelockt und abgeschlachtet. Letztes Opfer identifiziert. Ermittlungen eingeleitet. Gegend in Aufruhr. Die Identität des letzten Whitechapel-Opfers blieb zunächst ungeklärt. Die Frau war gestern in den frühen Morgenstunden in der Bugsrow aufgefunden worden, ihre Leiche ausgeweidet und nahezu vollständig enthauptet. Nachdem sich die... Ui, das ist echt eklig. Nachdem sich die Nachricht verbreitet hatte, versammelten sich viele Schaulustige am Ort des Verbrechens. Zwei Frauen traten vor und sahen sich das Opfer aus nächster Nähe an. Dabei stellte sich heraus, dass die Beschreibung der ermordeten... fängt gut an, dass die Beschreibung der ermordeten auf eine Frau passt, die in einer Pension in der Thrall Street 18 Spitterfields lebte. Dort wohnhafte Frauen wurden befragt und identifizierten die ermordete als Polly, die sich dort mit drei anderen Frauen ein Zimmer teilte. Für vier Pens pro Person und mit einem eigenen Bett, wie es in derartigen Pensionen üblich ist. Es stellte sich zudem heraus, dass die Verstorbene während ihres nur dreiwöchigen Aufenthalts das Leben einer Prostituierten geführt hatte. Die Befragten wussten nichts weiter zu berichten, außer dass sie Donnerstagnacht vom Vermieter abgewiesen worden war, da sie nicht die vier Pens für die Nacht aufbringen konnte. Sie wirkte angeheitert, jedoch nicht betrunken und verabschiedete sich lachend. Ich bekomme mein Geld für das Zimmer schon zusammen. Seht nur, was für eine schöne Haube ich jetzt trage. Als sie zur Tür der Pension hinaustrat, trug sie eine Haube, mit der man sie bisher nicht gesehen hatte. Eine Frau aus der Nachbarschaft berichtete der Polizei, dass sie sie später gegen halb drei Uhr morgens in der Whitechapel Road gesehen habe. Oh Gott, also in der Stimme kann ich jetzt doch nicht den ganzen Text. Ich hätte jetzt gedacht, okay, kommt, diesen Abschnitt, das kriege ich in dieser Stimme vorgelesen. Aber hier ist ja nochmal, ui, ganzer Schwung mehr. Gut, den lese ich dann jetzt nochmal lieber normal vor. Gesehen habe, ging über der Kirche an der Ecke zur Osborne Street. Um vierte vor vier wurde sie schließlich nur 500 Meter davon entfernt ermordet aufgefunden. Die Bewohner der Pension kannten sie als Polly, aber gestern halb acht, ne, aber gestern gegen halb acht wurde eine Frau namens Mary Ann Monk gegenwärtig Bewohnerin des Lambert Arbeitshauses in die Leichenhalde gebracht und identifizierte die Leiche als Mary Ann Nichols. Okay. Zwei Mary Anns. Auch bekannt unter dem Namen Polly Nichols. Angeblich kannte sie die Ermordete, da sie von April bis Mai gemeinsam im Lambert Arbeitshaus wohnen. Laut Monk soll Nichols das... Das... Ne, Moment, jetzt bin ich in der Zeit auf der Rutsche. So... Soll Nichols das Arbeitshaus am 12. Mai verlassen haben, um eine Stelle als Hausbedienstete in Ingleside-Wandsworth-Common anzunehmen. Dort war sie mit ihrer Position unzufrieden und verließ ihren Arbeitgeber einen Monat später. Meine Güte, gutes Personal zu finden ist wirklich schwer scheinbar. Bei dieser Gelegenheit stahl sie Kleidung im Wert von drei Pfund und nahm anschließend keine neue Stelle an. Hm... Mit kleinen Dieben ist sie auch noch. Monk hat sie angeblich vor sechs Wochen noch einmal getroffen und mit ihr getrunken, nachdem sie selbst das Arbeitshaus verlassen hatte. Sie war sich sicher, dass es sich bei der Toten um Polly Nichols handeln würde und beharrte auch nach der zweiten Begutachtung der Leiche auf ihrem Standpunkt. Es gibt eine auffällige Gemeinsamkeit zwischen diesen entsetzlichen Verbrechen und den zwei mysteriösen Mordfällen der letzten drei Monate, die sich im selben Stadtteil zugetragen hatten. In allen Fällen handelte es sich bei den Opfern um eine Frau am gesellschaftlichen Abgrund, jedes Verbrechen fand in den Stunden vor der Morgendämmerung statt und nicht zuletzt sticht die Tatsache ins Auge, dass jedes Opfer grausam verstümmelt wurde, was nur auf einen Wahnsinnigen hindeuten kann. Ja, Journalisten und wirklich sehr schnelle Urteile. Lasst das mal lieber den guten Sherlock Holmes beurteilen, wer hier wahnsinnig ist und wer einfach nur einen seltsamen Kopf hat. Nein, hä? Was rede ich hier? Seltsamen Kopf hat. Nee, der, äh, wer wahnsinnig ist und wer einfach nur einen seltsamen... Ach komm, jetzt fällt mir kein Vergleich. Ach komm. Ja, schon den Gag versaut. Der leblose Körper des zweiten Opfers einer Frau namens Martha Turner wies nicht weniger als 30 Messerstiche auf, als sie am Tatort dem George Yard auch einschlägig unter dem Namen das Schlachthaus bekannt gefunden wurde. Okay, die Frau wird an einem Ort, der das Schlachthaus heißt, gefunden mit 30 Messerstichen. Da hat es jemand wörtlich genommen, das mit dem Schlachthaus, ne? Wie in den beiden anderen Fällen gibt es nicht den geringsten Hinweis auf den Tätern. Niemand scheint ein Interesse am Tod der Frau gehabt zu haben. Niemand scheint ein Tod, äh, äh, gehabt zu haben. So. Gott. Ruhig, Cyrus. Ganz ruhig. Du musst dich nicht hetzen. Nimm dir Zeit. Lese vernünftig vor. Und sei ruhig. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber wir machen einfach mal weiter. Ähm, wo war ich denn? Da. Nach der Trennung von ihrem Ehemann muss sie erst mal fett gehen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann hat sie bei einem Mann namens Turner gelebt. Doch die Untersuchungen des Gerichtsmediziners brachte ihn nicht in Zusammenhang mit dem Verbrechen. Man vermutet, dass einige ihrer zahlreichen Verletzungen mit einem Bayonett herbeigeführt worden sein könnten. Ferner soll sie kurz vor ihrem Tod mit einem Soldaten gesehen worden sein. Und meine Katzen treiben im Hintergrund Unsinn. Bei einer Parade hat ein Polizist einen Soldaten wiedererkannt... Okay, Leute. Es fängt super an. Ich muss mal kurz intervenieren. Ich muss ja clear an... Ich kann das Ganze passieren. Und ich brauch decompositions, Inc. Aber ich mache das nicht die confiscation.